Nach den Welken durchlaufen die Blätter die nächste Verarbeitungsphase. Um die Fermentation zu unterbrechen, werden sie Temperaturen von 90 Grad Celsius ausgesetzt und so getrocknet. In einem letzten Schritt werden die Blätter dann sortiert und in Jutesäckchen gefüllt. Das Welken, Trocknen und Sortieren ist überwiegend Frauensache. Auf die Männer der Familie wartet eine andere, nicht minder wichtige Aufgabe. Unter fachmännisch behauenen Granitblöcken fressen sie den Tee zu Fladen oder Ziegeln, um ihn transportfertig zu machen. In dieser Form wurde der berühmte Puerte schon vor hunderten von Jahren über die Teestraße in die großen Städte im Osten des Reichs und Richtung Nordwesten bis nach Tibet exportiert. Das Anbaugebiet des Puerte und die Orte, an denen er konsumiert wird, liegen seit jeher sehr weit voneinander entfernt. Immer schon musste der Tee von Yunnan bis nach Peking und Tibet gebracht werden, zu den beiden Hauptumschlagplätzen des internationalen Teehandels. Von dort aus wurde er nach Indien, aber auch nach Frankreich verschickt. Da die Menschen in diesen Ländern sehr viel Fleisch essen, trinken sie gerne Puerte, um die Fettverdauung anzuregen. Die Pferdekarawane mussten weite Strecken zurücklegen, aber die starke Nachfrage rechtfertigte alle Mühen. Den Tee lose zu transportieren, erwies sich als unpraktisch. Um den Markt zu bedienen und den Transport zu erleichtern, entwickelten die Teebauern ein spezielles Verfahren. Sie pressten die Teeblätter zu Blöcken, die verschiedene Formen und Größen haben konnten. Heute ist diese Presstechnik aus der Puerte-Kultur nicht mehr wegzudenken. Während der langen Reise blieb die Temperatur der Teeziegel relativ konstant und der Tee konnte auf natürliche Weise weiterreifen. Mit Puerte verhält es sich wie mit Wein. Je länger er lagert, desto besser wird es. Wir befinden uns noch immer im Reich des grünen Goldes. Doch neben den Dörfern, die sich ganz der traditionellen Teeherstellung verschrieben haben, gibt es auch andere, die auf modernere Produktionsmethoden setzen, wie die Gemeinde Meng La. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage haben sich die Händler in direkter Nähe der Teegärten niedergelassen. Hier wird Tee im großen Stil angebaut und verarbeitet. Auch wenn wir Yunnan noch nicht verlassen haben, ist der Einfluss des tibetischen Buddhismus schon deutlich spürbar. Und er nimmt zu, je weiter man nach Norden kommt. Und er nimmt zu, je weiter man nach Norden kommt. Hier werden die Pflücker und Pflückerinnen nach Gewicht bezahlt. Das heißt, ihr Lohn richtet sich nach der Menge der Blätter, die sie pro Tag ernten. Anders als im Süden der Provinz wird die Ernte hier nicht von einzelnen Familien eingebracht, sondern von Saisonarbeitern. Aus ein und derselben Pflanze kann sowohl grüner als auch schwarzer Tee gewonnen werden. Die beiden Sorten unterscheiden sich allein durch das Produktionsverfahren. Beim grünen Tee werden die zarten Blätter vor dem Rollen und Trocknen mit heißem Dampf behandelt. Auf diese Weise behalten sie ihre intensive grüne Färbung. Der schwarze Tee hingegen durchläuft zusätzlich eine mehr oder weniger lange Phase der Fermentation. Diese verleiht ihm seine dunkle Farbe und sein charakteristisches Aroma. Am Abend wird in Mengla gewogen. Jedes Gramm zählt, für den Chef wie für den Pflücker. Das Gewicht wird jeden Tag gewissenhaft notiert und schlägt sich am Ende des Monats auf dem Lohnzettel nieder. Fernab seiner ursprünglichen Heimat hat sich der Teestrauch an andere klimatische Bedingungen angepasst. Heute reicht sein Verbreitungsgebiet von den Nachbarländern Chinas und Kleinasien bis nach Afrika. Neue Sorten sind entstanden, wie beispielsweise der Darjeeling in Indien, der Cylon Pico in Sri Lanka oder der African Flower in Kenia. Wir haben den Regenwald nun weit hinter uns gelassen. Allmählich lösen Städte die kleinen Dörfer ab, die Infrastruktur wird besser. Befestigte Straßen ersetzen die Trampelpfade. Die Händler begutachten die neue Ernte und fragen sich, ob der Trend zur Bioqualität anhalten wird. Sie reden über die große Nachfrage nach grünem Tee, die ungebrochen scheint. Vor dem Lagerhaus entdecken wir zwei Holzskulpturen, die mit schwarzem Tee gefüllt sind. Sie erinnern uns an Wachtposten. Dieser Tee reift gerade mal zwei Wochen, während die Teeziegel früher auf dem Rücken der Pferde mindestens drei Monate Zeit hatten, um zu fermentieren. Sie erinnern uns an Wachtposten. Obwohl bei der industriellen Teeherstellung moderne Produktionsanlagen die geschickten Hände ersetzt haben, kommt sie nicht ohne das jahrhundertealte Wissen des Menschen aus. Nach dem Trocknungsprozess wird der Tee auch heute noch zu den altbewährten 500 Gramm Fladen gepresst. Dank der neuen Produktionsverfahren ist der Tee schon nach zwei Wochen versandfertig und kann mit dem Lkw oder dem Flugzeug auf die großen internationalen Märkte transportiert werden. Nach Wasser steht Tee im Weltverbrauch heute an zweiter Stelle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.